Mais schmeckt, Mais schmeckt gegrillt, Mais schmeckt gekocht und was schmeckt, das sollte man auch eigentlich langsam und genüsslich verzehren. Diesem jungen Herren hier jedoch scheint der gelbe Kolben so gut zu schmecken, dass von Genuss keine Rede mehr sein kann. Wir haben das mal gestoppt. Gerade einmal knapp vier Sekunden braucht der Junge um den Mais zu verschlingen. Einzigartig diese Nagetechnik. Da erblasst wahrscheinlich selbst das größte Eichhörnchen vor Neid.